Haufen schießen, oder? Ja, können wir auch. So, Sub ist es doch, oder? Ja, der Schießer schon auf den Tick. Ja, ich hab voll auf den Tick geschossen. Ich wusste so sehr, dass es Daniel ist. Der hat mich schon angeschossen. Nice Flo. Hast du mich nicht angeschossen, Daniel? Nö. Das sagt der jetzt natürlich nicht. Ja, aber Sub meinte, ich wurde in der AFK, ich war ja auch kurz AFK. Wir wussten nicht mehr, wie ich angeschossen. Ja, sag ich ja, deswegen sag ich ja, war bestimmt da. Ja, du hast aber irgendjemand angekrobbert, du wusstest nicht, dass Junge war. Ja, auf jeden Fall. 3, 2, 1. Moin, moin Freunde und willkommen zurück zu den Weltmeisterpartners mit TTT mit 7 Leuten. Rafa ist gejoint, yes. Moin. Und sonst mit den ganzen Rest aus den letzten Parts. Aber nur eine Runde. Leider nur eine Runde, weil das ist Flo's letzte Runde für heute, für die nächsten 2 Wochen. Ich hoffe, wir haben dann genug Parts. Anderthalb Wochen. Anderthalb Wochen, das stimmt. Aber für die nächsten 2 normalen TTT ist ja schon. Bernie's Trailer, Flo? Ja. Das hab' gerade gesagt. Okay. Ich hab' dann gesagt. Da! Da! Warum freust du mir so? Mit dem, weil ich die Panik mache. Dana Brooke. Dana Brooke. Oh, ja. Dana Brooke. Dana Brooke. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Da! 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 Oh, Bernie! Bernie! Bernie schießt den Fass an, wo der direkt nebenstehen ist. Es ist an mir death. Sonst hat wenn du Trailer mit ihm bist. Good Job. Okay, Bernie wurde weggeknallt. Ähm, an der Bowlinganlage. Ähm, an der Bowlinganlage. Äh, an der Bowlinganlage. Wer ist da? Der, der, an der Bowlinganlage. Wer ist da im Bowling-Dingens? Wer ist hier noch? Wer ist hier noch? Ich und Subban bei der... Wer war in den Pins? Na, Kupa. Kupa hier im... Im Haus. Ich und Subban beide bei der Bowlinganlage. Er wurde von... Werden wir von der anderen Seite getötet? Ja, wurde der... Ja, sag ich ja. Wer war denn da? Ich war... Also nicht hinten da. Da war ich ja. Sondern von vorne. Vom offenen Feld am Spawn. Okay, Flo war's. Okay, Flo war's. Nur Daniel? Nein, hier meine ich doch. Hier, also einer... Warte mal, Rafa, bist du schon... Also ich stand hier in dem Raum. Bist du schon... Und einer muss... Da an der Bahn gewesen sein. Von der Bahn wurde er weggeballert. Da. An der Bahn wurde er weggeballert. Hier. Von hier. Von der Seite aus. Mit ner Shotgun. Mit ner Shotgun wurde er weggeballert. Flo hat ner Shotgun. Ja, Flo war das auch. Hier liegen überall Shotgun. Du hättest auch voll gegen mich, Flo. Was? Ich hab nichts gegen dich gesagt. Natürlich. Was? Dann war das Mario, hast du vorhin gesagt. Von 30... Flo, Kupa, Kupa! Ja, Kupa, Kupa. Ja, Flo? Flo ist der andere, der ist bei der Bowlinganlage. Flo? Flo ist der andere, der ist bei der Bowlinganlage. Boah, ich hab nach dem ersten nichts mehr gesehen, ey. Beide Pussys, ey. Beide hochgeheilt. Häufig. Was? Sub. Sub. Sub ist kurz am Handy. Telefoniert wahrscheinlich. Aber wir sind ja genug. Ah, Gordon Freeman. Ah, morgen Freeman. Ja, morgen. Ja, okay, du hast was getriggert. Sub ist schön in die Traitor-Hand gelaufen da, dieses Explosion. Okay. Kommt er. Okay. Kommt er. Da fuck, hier piept's schon wieder, ey. Moin Daniel. Ja. Nehmen noch alle, Bernie? Ja. Muss man ein bisschen reden, also nur so ein bisschen. Sollte 10 Sekunden werden, nice. Hm. So war ein bisschen viel verlangt, ne? Echt so? Jo. Jo. Oh. Och, Bernie hat gerät in 18 Sekunden. Nice. Progress. Oh mein Gott. Progress. Wenn ich tot bin, ist es Bernie. Wenn ich tot bin, ist es Bernie. Wenn ich tot bin, wenn ich tot bin, wenn ich jetzt sterbe, ist es Bernie. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Bernie oder Daniel, Bernie oder Daniel. Dann hier nicht. Bernie! Oder damals. Hm. Natürlich. Oh, 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 oh. Ich soll hier ne Jutsch. Ah, gut. Daniel hat, äh, Koopa, Koopa im Gang. Daniel hat, äh, Koopa, Koopa im Gang. Ah, gut. Daniel hat, äh, Koopa, Koopa im Gang. Da ist ein Traitor Room. Na, Flo. Na. Ich will alle mal Koopa jagen. Wenn, Koopa, der eine ist, ist Daniel oder Flo der andere. Na, Daniel hat nämlich schon Bernie weggemacht und der war interessant. Das Flo hinten. Das Flo hinten. Da sind ja immer noch dahinten. Was machen die beiden Nenner? Kriegen wir Pils mit Hand fassen oder was? Ich weiß ja, dass einer ein Traitor Room ist, deswegen. Ja, vielleicht bist du auch der andere Traitor. Sonst kommt Flo, will ich jetzt machen. Wer kommt da? Flo? Ja, Flo ist der andere letzte. Okay, da bin ich. Oh, da jetzt kommt, ah, jetzt kommt Koopa. Äh. Alter, Bernie. Das bin ich, äh, Raffa. Raffa, alter. Alter. Was? Du. Hechelst. Schnaufst. Wie so'n Affe. Mhm. Tut mir leid. Kein Problem. Nope. Halt's mal. Ach. Ach. Die sind eurem in die Welt. Sie sind es da wirklich wie für eine Platte v Kopie. Ja, die sind mitgelezte. Wie so'n Affe. Wie so'n Affe. Du Payton. Wie so'n Affe. Du bist, dass du mir geschützt. Du stehst, bist du ja auch so'n Affe. Der, dass du schirmest. Duest du 맛있. Das ist es. Und hier habe ich also tot, Vielen Dank. Oh, kein Aim heute, verdammt. Oh, Alter, ey. Boah, Rafa, warum läufst du da von der Leiche weg? Koopa war noch near death. Ja, ich war auch auf near death. Ja, du hättest doch einfach die Tür zumachen können und nicht heilen können. Du musst ja nicht gleich ganz da hinten zum Spawn laufen. Hat ich aber nur Spawn gelaufen? Ja, er war ganz beim Spawn. Alter, ich hab ihn ganz nah von mir gehört, ey. Oh, mein Spiel steht. Nice. Oh, krieg das mal in den Griff, ey. Jetzt sind wir nur fünf, toll. Wart nehmen, bis Daniel drauf ist. Also, beschwörde euch bei Daniel, ladies and gentlemen. Ist er von der Rollenvergabe gegangen? Okay. Wir haben eh zwei Trader, ist eh scheißegal. Nee, es wäre... Nein, nicht vor, sonst hätten wir keinen Detective. Doch, wir haben auch bei fünf Leuten einen Detective. Ja, das ist immer noch so eingeschleppt. Wenn der Plan ist. Ich renne Raffa da von der Leiche weg, Alter. Ja, und? Bis zum Spawn. Ja, das ist nicht weh. Ich hab die beide gekillt, also. Ja, chill, Alter, ist okay. Hättest du versagt, einer hätte ich dich ausgelacht. Ja, und? Aber ich hab noch mehr Punkte dafür bekommen. Nee, ich glaub, dafür kriegt man die neue Extra-Punkte, oder? Kriegt man die extra-Punkte, wenn man nochmal irgendwie geht? Ja, ist da ein Traitor. Ich weiß auch nicht. Ich hab da zwei Traitor damit gekillt, weiß ich nicht. Ich glaub aber, wir müssen nur mal testen, nur mal meine... Spaßrunde. Wer mal interessant. So, dann ist drauf, ist, kann man hier ja normal spielen. Hab ich gesagt. Fuck you. Okay. Was heißt, normal, wir knallt jetzt einfach ein Deathmatch weg. Nö, nicht zu. Mach das mal. Ich schieße auf alles, was ich sehe. Aber, guck mal. Okay, Flo, hinter mir. An den Kegels. Flo ist Traitor. Komm, gib mir einen Ragginboy-Hedge. Kein Traitor. Moment mal, irgendeiner von euch hat gerade Gauss geschossen. Konnte. Nice. Gab's nur einen Traitor? Ja. Ach, Daniel war der andere und ist dann weggegangen. Und ist aber auch weg. Nice. Schade. Sorry. Kein Problem. Waren ja nur zwei Runden, glaub ich. Hm, geht doch noch. Da. Zwei Runden sind komütig. Also eine Spaßrunde, weil Daniels Spiel gerade auch wieder aufgegeben hat. Oh, was? Flo und Bernie sind. Wir sind alle hintereinander, ey. Alter, Rafa ist schon wieder Detective, okay, das ist. Oh, normal. Sick and Bernie. Flo und Bernie sind? Okay, ich sag Sub und Koopa. Okay. Ich sag Jung und ich. Fuck you, Alter. Da ist er nur gestorben. Zieh mich da nicht rein. Ja, Koopa ist einer. Koopa und Sub auf jeden Fall. Das hat einer gestorben. Wo? Jung ist Bernie. Äh, der hat ne, hier. Verpiss dich, da hat einer ne Incendary in den Gang geworfen und ich stand neben den Fässern. Irgendwo ist doch einer gestorben hier, hab ich gehört. Da hat einer ne Incendary. Und Bernie ist der Einzige, der in der Nähe war. Ich sehe noch fünf Punkte, also kann eigentlich keiner tot sein. Okay. Benni war der Einzige, der in der Nähe war. Ich bin auf 31 Leben übrigens runter. Und Bernie war der Einzige, der in der Nähe war bei den Fässern, wo man hätte ne Incendary hinwerfen können. Da ist einer gestorben durch die Fässer. Nö, ja. Doch, da ist einer gestorben. Da ist immer gestorben, ey. Sub, Koopa war's. Nee, ich war da direkt in der Nähe. Nein, Koopa war's. Der hat das Fass weggeballert. Koopa ist der Einzige mit mir hier. Na, du bist der Einzige mit mir hier hinten, Alter. Das war die Traitorhand, Mann. Du rennst weg. Ja, die kann man trotzdem nur hier hinten im Gang aktivieren. Man kann die von über aktivieren. Koopa ist it. Koopa und Flo, 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 Flo. Die Traitorhand, die kann man von über aktivieren, Mama. Das war die Traitorhand. Ja, aber du warst es trotzdem. Und die kann man nicht von über aktivieren. Ich habe jetzt zwei Runden auf dieser Map gespielt. In beiden Runden wurde ich von Koopa durch die Traitorhand gekriegt. Boah, Sub, du Noop, ey. Jetzt solltest du da einfach nicht mal lenken, doch. Hast du mich gesehen, Sub? Ja. Ich dachte, wieso geht er nicht in die andere Richtung? Ja, weil Sub, noop, ey. Ich dachte, ja, einmal machst es, aber nicht nochmal. Ja, Koopa ist auch nur Pussy. Weiß ich jetzt ja, wie wenig präventiv wegmachen. Ja, lass mal Koopa wecknallen. Ja, lass mal Koopa wecknallen. Jetzt Rafa. Aua. Das ist Grund, aber kein Hindernis. Lass sie mal wegschießen, Sub. Ja, ich suche ihn ja schon. Na, ich suche ihn auch. Wir knallen ihn weg, wir sind ja bei den Traitor. Ja. Aber natürlich wehre ich mich nicht mehr zu tun. Ja, du kannst dich gut, ich wehre. Dann kriegst du schon fett Minuspunkte, weil ich innocent bin. Ja, hallo, lässt du dir einfach mal weg? Ey, ich meine halt, letztes, letzte Runde. Kannst du dir ja jetzt ficken, Rafa. Sie ist tot. Darfst du dich an ihr vergehen. Okay. Ja, endlich. Die Zeit ist gekommen. Endlich. End. Verstanden? Ja. Sub, hast du Koopa schon weggeknallt? Ja, hab ich noch nicht gefunden. Na, Flo, was kamst du denn gerade noch so in den Arsch? Rafa stehen immer nicht so im Wickel. So, der. Oh. Oh. Ich will gucken, ob hier ne ordentliche... Ein ordentliche Pistol. Daniela. Koop! Oh nein! Ja, Zarte, hast du da rausgefunden. Nein, Scheiße. Das muss ich alle primitiv wegmachen. Ich bin der supergeheime Detektiv-Treater. Oh, Bernie, 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 Bernie! Hinten in dem Raum beim Traitor-Tester, da ist ne Tür und Bernie fei- Failed anscheinend doch nicht. Failed anscheinend doch nicht. Ja, wollte ich grad sagen. Failed wohl doch nicht. Failed wohl doch nicht. Ha, 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 ha. So, mal schauen. Sub, willst du wieder genau bei der Traitor-Falle stehen? Ja. Wurde Sub jetzt von hinten weggemacht? Nein. Ich lebe noch. Es hat lebe noch. Jemand schaut da hinten hinter dir im Gang, Sub, oder? Ja, ja, eh. Ich denk, er ist hier drinnen. Da müssen wir eigentlich nur bewachen, falls er rauskommt. Ne, ne, da gibt's einen Teleporter. Das heißt, er kann sich da verpissen. Hätte ich das jetzt nicht sagen sollen. Ich weiß genau, wie die Tür ist, Sub. Ich stehe vor der Tür. Ich bin Detective. Weiß ab. Willst du wirklich da... Er kann das auch von überall aktivieren, ne, Sub? Der kriegt schon. Wow, Flo 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 Flo. Ja, ich hab Benni, der ist da... Alter, Junge... Sub. Oah, nee. Ich muss jetzt da stehen in den Stuhl. Rache ist süß, Kuppa. Fuck. Guck dir? Ich mach den Raum an. Screenshot. fahrrad ob sie auf den sessel im einen kürzelt er machte das ist m m Neee. Wirklich ihn. So, das war's. Eno skippen. Copper und Clay. Copper! Ja, nice Rafa! Nice, sehr good job. Alter, der Todeson, das muss ich gleich erst mal twittern. Ich will gerade den Jugger noch trinken und da ging die Scheiß-Tür auf. Jogger-Ring. Oh, die Runde läuft ganz schön. Alter, Flo ist übelst. On tilt, Alter. Ich glaub, Flo kriegt heute nicht so viel geschissen, ey. Wie Flo sie aufgeregt hat, wo er tot war. Ja. Kennt man selten von Flo. Obwohl, ich weiß noch, wie er beim Karate einen Ringen stiegen ist und Gallow einfach ins Gesicht getreten hat. Also, war das dieses Jahr? Ja, ne, natürlich war das dieses Jahr. Hm. Dani schießt immer die Verkäuferin weg. Ich glaub, Dani mag keine Frauen. Ah, Dani outet sich also auch. Einer nach dem anderen outet sich. Ja, ist halt echt so, Alter. Wir sind nicht, wir sind nicht der Konfi-Kanal, wir sind der Gay-Konfi-Kanal, ey. Echt so? Kein. Die Sub sind ja schon als Homopause. Wir haben uns lange gegautet. Ne, Sub ist ja, Sub ist ja schon lange schwul. Hm. Hi. Ich schwimmst seit 25. Seit 25 oder 25 Jahren? Weißt du, und Bernie hat gefehlt, der hat nämlich ungefähr achtmal mit der Shotgun auf mich geschossen in dem kleinen Raum und hat mich dann erst gekillt. Während ich ne Ragging-Bull hatte. Also, das ist ne Ragging-Bull, ich wollt schon fragen, wieso hast du denn? Wenn ich sterbe, ist es rückgänz jung. Ich mach dich jetzt auch weg. Okay, ich mach Jungen weg. Ich hab Sub weggeschossen. Sub ist tot. Ich hab Jungen weggeschossen. Ja, Koba hat mich gekillt, Kubas Trader mit mir. Koba ist jetzt hinten in der Reihe, es hat, ne, die können uns beide wegknallen. Ja. Ich mach mich bereits Sub, lauf da mal durch. Ja, lauf du mal da durch, Koba, ich geh nicht mehr in den Langgang. Aktivier mal die Hand, da läuft Flo! Aktivier die Hand, Kollege! Ja, ja, ja. Okay, scheiße. Oh, warum hast du ihn nicht aktiviert, Alter? Sorry, tut mir leid. Das sind noch Kollegen, ey. Nice up. Sorry. Oh Gott. Oh, Junge, ich töte dich jetzt. Ja, Mann. Ich töte dich und dann wieder belüge dich und dann bin ich inno, aber... Oh, nice. Nice, Alter. Nice move, ja, das. Schlau. Nice move. Nice move. Nice up. Oh! Du bist direkt vor mich gelaufen, Alter! Wow, wow, wow. Was läufst du vor mich, wenn ich in die Luft schieße? Du darfst ja auch einmal anschießen. Doch, du bist vor mich gelaufen. Ich kann das nicht. Aber halt echt ein Versehen, ey. Hier, Schuss. Au! Und was für eine Waffe war das? Diegel. Oh, darf ich die? Deine Lieblingswaffe, ne. Bitte. Ich dropp dir auch ne Shotgun, ne Pump. Ich such dir ne Diegel. Ich hab dieselbe ne Shotgun. Die normale ist. Ja, ja. Komm mal mit, wenn ich such dir eine. Nee, ich will irgendwie nicht mehr mit dir mit. Ja, glaub ich schon. Weil der erste Schuss ist immer noch der Beste. Kopa, hast du dich heilt? Fuck you, wenn du ihn heilt, ne. Wenn du ihn heilt, schieß ich dich präventiv weg, obwohl ich innocent bin. Dann schieß ich dich wirklich weg. Hier ist übrigens die Diegel, Kopa. Du brauchst nicht mehr suchen. Ich hab eine. Scheiße, ich hab Sub aus den Augen verloren. Ah, Sub jetzt können wir uns treffen. Fuck, wo ist der? Wir treffen uns bei Sektor C. Wo ist der? Hä? Hat der sich in Luft aufgelöst, der Wichser? Kopa, komm in den Waffenladen vor. Komm in den Waffenladen vor, guck mal. Gut. Bring ich euch da. Okay, ihr seid komplett woanders anscheinend. Da hast du einen? Hast du Sub gesehen? Nein. Nö. Oh, ich hab Sub gesehen. Wo? Erzähl mal, Rafa jetzt. Oh, Friendship! Alter, ich sehe nix. Wo ist die? Wo ist die hingeschossen? Der Friendship Beam ist direkt auf mich. Au, da, 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 da. Flo, Flo, schießt's auf mich. Warum? Hä, du hast auf mich geschossen. Berni, 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 Berni. Berni, okay. Hey, ich hab Schaden bekommen, du hast mich angeschossen. Hab ich nicht, verdammt. Natürlich! Du hast mich sowas von angeschossen, Flo. Ja, Berni ist es doch, oder jetzt? Jungs. Ey, Flo, ist das sowas von? Jungs. Ja, wo ist denn der? Habt ihr Sub zugehört? Ja, wo ist der? Der hätte Sub gesagt, wo Sub ist. Ich hab weiter in der gelaufen, hätte Berni weggeknallt. Und Flo ist der andere, glaube ich. Ja, Berni. Ja, Berni. Na, Flo ist da, der ist da, wo man, ja, die Traitor, die ganzen Traitor-Sachen sind. Hinten hat er... Was müde war, ich hab gesagt... Ja, Flo gibt sie alle. Ich hab gesagt, äh, Rafa, wo sind denn, wo ist der Berni gewesen? Und Sub. Rafa? Oh, verdammt. Aber trotzdem nice, Flo. Hm. Aber du hast mich doch angeschossen, Flo, oder? Natürlich bin ich nicht angeschossen. Ach, du Wichser, Alter, ich hasse dich. Ja, liebe Freunde, das war der letzte Part mit Flo für heute. Gewonnen hat der Koopa. Was? Dich gefolgt von Rafa. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und haut rein. Ciao. Ciao. little, little, little. Otien. Und mit 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 mit